Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Herzlich Willkommen zurück. Bonjour, bonjour. Zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Wir starten heute direkt mit einem mysteriösen Zitat aus einer Predigt aus den 70er Jahren in Amerika. Jonas, bitte in deinen besten Predigerton. Gib mir Mühe. Sie und ich leben in einer großen Zeit. Wir haben gesehen, wie diese Menschen mit der Erlaubnis Roms auswanderten. Und aus Galiläa und aus Jerusalem gingen alle wahren Israeliten. Und sie gingen nach Europa als die Westgoten. Und auch jetzt kamen die Normanen. Judah und Benjamin. Ja, aber nicht unter einem anderen Namen. Nun liegen alle zwölf Stämme Israels in Westeuropa. Und diese zwölf Stämme erhoben ihre Häupter als Nationen. Großbritannien, Norwegen, Schweden, Dänemark und Frankreich. Die Langobarden in Italien und die Basken in Spanien. Und ja, Judah in Deutschland und Österreich. Isakar in Finnland und drüben in dem Land, das als das Land der Deiche bekannt ist, als sie diesen Schutz gegen das Meer aufbauten, war jetzt Ruben. Kein Teil von Gottes Haus war verloren. Steile These erst mal. Ja, von Wesley Swift aus dem Pamphlet der Adamic Race, Seite 17, falls das jemand nachschauen will. Klingt komplett wahnsinnig, ne? Auf den ersten Blick ist es auch. Und darum reißt ziemlich gut dieses Zitat, womit wir uns heute beschäftigen. Nämlich wir reden über Briten und Amerikaner hauptsächlich, die sich für die verlorenen Stämme Israels halten. Und nein, nicht die Mormonen, über die müssen wir wann anders mal separat reden. Die glauben das ja auch. Die glauben vor allem, dass die EU-Einwohner Amerikas ja einer der verlorenen Stämme Israels. Genau, das ist eine spezielle Ausbildung dieser Hypothese. Dass es da ganz viele Varianten gibt, hören wir noch. Aber es geht generell heute um die britischen Israeliten, British Israelism und die Christian Identity Bewegung aus den USA. Wahnsinnige Geschichtskonstruktionen um Pseudowissenschaften, extrem fragwürdige Bibelauslegungen und einen zum Himmel schreienden Rassismus, den ich, also das ist der schlimmste Rassismus, den ich seit ich Evola gelesen habe und dem sein Buch über die Rassen der Völker, also ich habe seitdem nicht mehr so Unsinn gelesen, wirklich schrecklich. Ja, also deswegen eine kleine Content-Warnung an alle. Es geht um rassistische Christen im anglo-sächsischen Sprachraum. Falls ihr da keinen Bock drauf habt, müssen wir jetzt ausschalten. Ja, wir könnten schon mal wieder eine schöne Folge machen. Ja, heute wird... Mal was Nettes machen. Heute wird nicht ganz das Nette sein. Es geht nämlich wieder mal ein bisschen um den arischen Jesus und eben um die extreme Rechte im christlichen Milieu. Ja, und damit wir uns mit der Christian Identity aus den USA, die so ein bisschen unser Hauptthema sind, richtig beschäftigen können und wissen, worum es da überhaupt geht, müssen wir uns erstmal die Ursprünge angucken. Und die liegen, wie vieles in Amerika, in England, im British Empire. Wie so oft führt die Spur in die frühe Neuzeit. Es gibt ein von 1590 veröffentlichtes Buch von der französischen Mugenotten, das heißt Die zehn verlorenen Stämme und war eine der frühesten Äußerungen der Überzeugung, dass die angelsächsischen, keltischen, skandinavischen und germanischen Völker irgendwie direkte Nachfahren der alttestamentlichen Israeliten wären. Dieser Anglo-Israelismus wurde auch König James VI. nachgesagt, dem zugeschrieben wurde, dass er geglaubt haben soll, selbst König von Israel zu sein, weil er aus dem Hause David abstamme. Und da treffen wir auf diese mittelalterliche und antike Tradition, dass man die eigenen Stammbäume gerne nach hinten bis in mystische Vorzeiten verlängert hat. Also genau wie wir das bei den Freimaurern gesehen haben, dass die ihre Geheimnisse bis in die Zeit vor Noah und der Sintflut zurückverfolgen konnten, mythologisch, haben ja auch ganz viele Herrscherhäuser ihre Stammbäume künstlich bis zu den Trojanischen Kriegen zurück verlängern lassen. Oder dann eben im christlichen europäischen Mittelalter sehr beliebt biblische Königshäuser. Und wer ist da besser als König David und Salomo? Und sich darauf zurück zu konstruieren, die eigene Familiengeschichte, ergibt einem Legitimität sondergleichen. Und das ist eine sehr gute Argumentation, warum man selber eben herrscht und nicht jemand anderes, warum nur die eigene Familie das kann. Wo man mit dieser Glaube von Herrscherhäusern ist so ein bisschen runtergesuppt in die Mittelschicht. Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ein bisschen problematisch alles, weil die britischen Israeliten selber immer behaupten, sie gehen auf diese mittelalterlichen Traditionen zurück. Man kann auf jeden Fall mittelalterliche Traditionen, die so ähnlich sind, schon vorher ausmachen. Aber tatsächlich ist der britische Israelismus, wie wir ihn heute kennen, eben eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Das hat die Forschung gezeigt. Und hat sich speziell ab den 1880ern Jahren in England als eigenstämmige Bewegung formiert. Die, was glaubt. Das steckt schon ein bisschen im Namen drin. Die Anhänger glauben, die echten Juden wären die Briten und die Angelsachsen. Also die Nazis sind nie besser als Juden. Na, da sind wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Tatsächlich streiten die frühen britischen Israeliten auch den Juden nicht ihr Judentum ab, sondern sagen, es gibt in der Bibel eben diese Erzählung von den verlorenen Stämmen Israels. Dazu kommen wir gleich, was es damit zu tun hat. Und dass diese verlorenen Stämme eben durch Wanderung bis auf die britischen Inseln gekommen sind. Da gibt es ganz, ganz hölzerne Herleitungen etymologisch, wo so Wörter ein paar Mal verformt werden, ohne irgendeine Regel, wie es einem gerade passt, damit es passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, dann werden es Güten, die Chimärer und die Goten da irgendwie mit reingedrängt, dass sie eben alle verlorenen Stämme Israels waren und nur andere Namen waren für diese Stämme. Es gab Autoren wie John Wilson, die dann eben behauptet haben, alle westeuropäischen gotischen Völker seien Nachkommen der Israeliten. Das hat sich dann nachträglich zunehmend verengt von alle Westeuropäer, die was mit den Goten zu tun haben, zu eigentlich nur die Bewohner der britischen Inseln. Und diese Herleitungen sind zum Beispiel so, dass Güten, Sakai doch irgendwie so ein bisschen klingt wie Isak und dass deswegen die Sachsen, die da mit den Sküten gleichgesetzt werden, doch irgendwie die Sachsen auch die Söhne Isaks sein könnten. Wenn es so ähnlich klingt. Das klingt vollkommen logisch, wenn man 1880 sehr besoffen in seiner Stube sitzt. Und das waren eben Überlegungen, die oft aus einem christlichen Milieu kamen, wo charismatische Prediger eben neue Theorien entwickelt haben bei ihren eigenen Bibelstudien und Auslegungen und dann mit sehr unfundiertem historischem Wissen gearbeitet haben und dann am Ende mit ganz spannenden Theorien herauskommen sind. Und das ist auch so ein bisschen, also das Internet hätte dem British Israelism auf jeden Fall damals 1818 gut getan und dann hätten wir sie noch ein bisschen stärker verbreitet, wie sie sowieso schon getan haben. Was sie populär gemacht hat auf den Inseln war auf jeden Fall die Behauptung, dass der britische Thron eine Fortsetzung des davidischen Thrones ist. Also wir sehen hier auch Empire at its finest 1880. Das British Empire sieht sich als der rechtmäßige Herrscher der Welt und die Bürger in diesem Empire suchen nach biblischen Begründungen dafür, warum Leute von dieser verregnenden kleinen Insel, denn von Gott, dazu bestimmt sind, die Welt zu beherrschen und landen dann eben bei solchen Erklärungen. Logisch, wir müssen einer der verlorenen Stämme Israels sein. Wir haben ja auch offensichtlich Gottes Gunst. Wir beherrschen die ganze Welt, so werden wir uns größte Imperialreich seit den Mongolen irgendwie errichtet. Die britische Königsfamilie, die zu der Zeit schon deutsch war, kleine Erinnerungen an alle, dass ja da zu der Zeit dann schon die Hannoveraner und von Gotha, ich bin ganz schlecht in Königshäusern und kriege ganz viele wütende Kommentare, schaut nach, wo die herkommen, die kommen irgendwo aus Hannover, das ist auf jeden Fall ein deutsches Aselsgeschlecht, das sich da irgendwo eingeheiratet hat und wo die heutige Dynastie davon abstammt, die sich dann umbenannt hat im Ersten Weltkrieg in die Wünsers, weil der andere Name zu deutsch klang und zu wenig patriotisch-britisch. Egal, zurück zum Thema. Die britischen Israeliten haben eine Legenden ersponnen, wie der Prophet Jeremia und seine Schreiber mit den Töchtern des Königs nach Ägypten gereist sind und von dort dann nach Irland kamen. Und dort wurde dann die jüdische Prinzessin Thea Teffi an einen lokalen Hochkönig in Irland, also wird verheiratet an denen und deswegen ist der davidische Thron angeblich in Irland bewahrt und die Engländer haben ihn quasi dort wieder erobert. Folgt ihr mir ja noch bei diesem ganzen Wahnsinn. Das ist eine verworrende Geschichte, aber ich bin hier auf der Spur. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für den Konflikt zwischen Irland und Nordirland gewesen, nehme ich an. Genau, genau. Genau, genau. Freisch in den Israelsen, wir stammen da in den Orden und so. Genau, im Schiff in den Mengen. Die sind dann halt auch, was ihr müsst euch vorstellen, die sind dann auch ähnlich wie die Ariosophen durch England gelaufen, haben dort Ortsnamen von irgendwelchen Dörfern gesehen, die sich am entferntesten an irgendwelche Namen aus der Bibel erinnert haben und haben dann rekonstruiert, wie das halt tatsächlich, dass das eben deswegen einen biblischen Ursprung haben muss, dieses Dorf. Dann haben wir eben so lokale Heimat-Pseudowissenschaften betrieben, die ihnen gut reingepasst hat und haben sich da, auf Englisch sagt man Baking, haben sich da schön was gebacken, eine Geschichte. Da haben sich eine schöne Geschichte gebacken. Aber die erzählen jetzt praktisch, dass die biblischen Geschichten auch auf den britischen Inseln stattgefunden haben und verlegen die ganze Geschichte dorthin oder ist es nur so, dass sie sagen, nee, wir sind irgendwann ausgewandert, wir sind eine der verlorenen Stämme Israels und sind halt auf den britischen Inseln eingelandet. Sie machen spannenderweise beides. Also sie machen, einmal haben sie diese Fiction mit den Stämmen, die quasi völkerwanderungsmäßig durch die Zeit verfolgt werden und Bonamen konstruiert werden, dann landen die irgendwann im England und deswegen sind die Angelsaxons eigentlich der weltliche Stamm Gottes. Und auf der anderen Seite hast du dann diese Geschichtserzählung von Wohlpriestern, die von Ägypten nach Irland fahren. Da hast du quasi dann die Romanfassung von, sagen wir mal so die metageschichtliche Sci-Fi-Variante, dann hast du noch die Romanfassung dazu, die Fanfiction sozusagen. Das klingt nach einer Idee für ein Ed Sheeran-Song. She played the fiddle in an Irish band and was actually Abraham's wife oder so. Ich habe um den Ed Sheeran-Song bewusst gehört. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, worüber der singt. Ich weiß, ich erkenne sein Gesicht, aber das ist es auch schon. Es wäre wie daraus, aus diesem ganzen Klatterabatsch an Pseudo-Geschichte, dann ein sogenanntes Irrsgeburtsrecht als Nachfolger Jakobs konstruiert für die britische Monarchie und dann später für die USA. Die Briten selber sehen sich dabei als Nachfolger des Stammes Ephraim und die Amerikaner als Nachfahren des Stammes Manasseh und glauben, dass sie eben einen besonderen göttlichen Segen haben aufgrund von dieser Herkunft. Dieser recht wahnsinnige, uns wahnsinnig erscheinende Glaube erscheint ja aber jetzt nicht nur bei den Briten. Es gibt diese Variation davon, dass sich Leute für verlorene Stämme Israels erklären, ja immer, immer wieder historisch. Es gibt zum Beispiel Theorien, dass die Pashtun in Afghanistan und Pakistan einer der verlorenen Stämme der Israeliten sind. Es gibt die britische Variante, über die wir jetzt kurz geredet haben. Es gibt French-Israelism, was quasi das Gleiche für die Franzosen aussagt. Es gibt Nordic-Israelism für die Skandinavier. Es gibt Native Americans, Jewish-Indian Theory, was sich, wie du schon gesagt hast, auf Joseph Smith bezieht und den Erfinder und Propheten der Mormonen, der amerikanischsten Form des Christentums, der geglaubt hat, dass die Ureinwohner Amerikas verlorene Stämme sind, die aber irgendwie von Gott verflucht wurden. Und die Amerikaner sind auch verlorene Stämme und kompliziert. Da müssen wir uns auch mal in der Folge mit auseinandersetzen, auf jeden Fall. Ja, und was ich besonders spannend fand, die Japanese-Jewish-Common-Ancestry-Theory, die ein gemeinsames historisches Erbe von Japan und Israel konstruiert und sagt, die Japaner sind eigentlich einer der Phonomen-Mensch-Stämme. Von der habe ich übrigens vor Jahren schon mal in einer Bar gehört, in Kambodscha, von dieser Japanese-Jewish-Theory. Fasziniert. Und so ähnlich... Wo sonst hört man davon? Ja, auf Twitter hat man mit Kanye West letztes Jahr, vor zwei Jahren relativ viel darüber geredet, bei der so Black-Hebrew-Israelites-Theorien verbreitet hat, dass quasi eigentlich Afroamerikaner der verlorene Stamm Israel sind, die dann wieder zurückkehren müssen nach Israel auch. Also da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen davon, von wir sind auch das Volk Israels, wir sind das einzige Volk Israels. Ja, also ein weit verbreitetes Phänomen, das mit dem Christentum quasi so gewandert ist, dass man sich da als Nachfahre der verlorenen zehn Stämme sieht. Wo kommt das her? Warum gibt es verlorene Stämme im Alten Testament und warum glauben alle, dass das sie sind? Erinnert ihr euch an eure sonntäglichen Bibelstunden? Wir hatten nicht alle die gleiche Kindheit wie du. Jonas, du bist im gleichen Dorf aufgewachsen, ich komme schon. Vor zwei Jahren oder so ist die Bibel gelesen, ich erinnere mich nicht genau an die verlorenen Stämme, aber ich erinnere mich an Kapitel, die an Battle-Rap-Tags erinnern, in denen auf einer Seite 20 Mal das Wort Hure steht, auf Leute, die die Bundeslade klauen und von Gott mit Hämoriden geschlagen werden, aber die zwölf Stämme und welche verloren wurden und welche... Ja, das ist eine ähnliche Zeit wie die Hämoriden-Geschichten. Also historisch bewegen wir uns ungefähr so, das ist die Jahrtausend vor Christus, zehn nördlichen Stämme rebellieren und trennen sich vom Süden und bilden das Königreich Israel. Der südliche Teil ist das Königreich Judah. Ja, ihr folgt mir, Norden zehn Stämme Israel und sieben zwei Stämme Judah. Die Assyrer, die zu der Zeit dann um 721 vor Christus den Bereich erobert haben, in ihrem ständigen Krieg unter anderem in den Ägyptern und so, haben das Königreich Israel eingenommen und besiegt und dann gab es nur noch das Königreich Judah im Süden und die Oberschicht wurde deportiert und so weiter. Laut der Theorien, die da alle anknüpfen, sind quasi die zehn Stämme aus dem Norden komplett verloren, komplett aus der Geschichte weggewischt, weil die Geschichtsschreibung des Alten Testaments dann eben in Judah weitererzählt mit den zwei verbleibenden Stämmen sozusagen. Die archäologische Forschung hat aber mittlerweile eigentlich sehr deutlich gezeigt, dass eben viele Leute aus dem Norden einfach in den Süden gegangen sind, nach der Niederlage gegen die Assyrer. Und es gibt auch mehrere, ein, zwei Stellen in der Bibel, wo dann quasi Opfer für alle zwölf Stämme Israel im Süden in Judah erbracht werden, in dieser Zeit der assyrischen Gefangenschaft für den Norden. Und da wurden sicherlich aus der Oberschicht Leute deportiert, aber der Rest der Bevölkerung ist eben dort geblieben oder in den Süden abgewandert und hat einen extremen Bevölkerungssprung im Süden auf einmal nach dieser Eroberung. Und das heißt, die Stämme sind nie weggegangen, die sind einfach 40 Kilometer nach dem Süden gewandert. Man muss da keine große Theorie draus zübern, wie die über den Kaukasus da nach Norden gewandert sind und so weiter und dann die Goten wurden und dann die Sachsen wurden und dann irgendwann England der Obert haben. Also die Geschichte ist deutlich plausibler nach Occam's Razor, wenn man einfach davon ausgeht, der Großteil ist einfach in den Süden abgewandert. Ist dann einfach umgezogen. Darauf basiert quasi diese ganze Verwirrung. Einfach nur, weil im Alten Testament der eine Erzählfaden nicht so richtig zu Ende erzählt wurde, stattdessen dann Cut ist und dann die andere Story weitergeht und alle sich danach, die die Geschichte gelesen haben die letzten zweieinhalb, zweitausend Jahre, sich die ganze Zeit fragen. Und dann? Und dann, was ist mit den Zählenstämmen im Norden passiert? Ein großes Blothole in der Erzählstruktur. Aber du hast die Bibel vor kurzem gelesen, du weißt, sie ist voll davon. Dieser britische Israelismus hat auch zum Beispiel den Gründer der Pfingstgemeinden Charles Fox Perham beeinflusst, der unter anderem glaubte, dass Queen Victoria aus dem Hause David entstammen würde, zu seiner Zeit. Zwischen 1899 und 1902 gruben Anhänger des britischen Israelismus Teile des Hill of Tara in Irland in dem Glauben aus, dass dort die Bundeslade vergraben sei und fügten einem der ältesten königlichen und archäologischen Städten Irlands großen Schaden zu. Zugleich, also ihr müsst euch vorstellen, die haben einfach aufgrund von ihren Theorien geglaubt, dass die Bundeslade in einem keltischen Heiligtum vergraben ist und haben es ausgebuddelt und dabei alles andere kaputt gemacht. Ja, und natürlich keine Bundeslade gefunden. Zur gleichen Zeit wurde der britische Israelismus mit verschiedenen pseudoarchäologischen Pyramiden und Pyramidiologie-Theorien in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel der Vorstellung, dass die Chiobs-Pyramide eine prophetische Numerologie der britischen Völker enthält. Das heißt, wir haben hier absolutes Ancient Aliens History Channel in die Wobe. Ich bin ja gestragt, was haben diese ganzen verrückten Leute denn früher gemacht? Das, sowas. Die waren zu lange in der Kirche, haben dann aus ihren Bibelstudien auf Basis davon, statt im Internet, auf Basis von ihren Bibellektüren solche Theorien entwickelt und sind dann trotzdem rumgelaufen und haben irgendwas kaputt gemacht. Also das ist quasi unweigerlich passiert das. Und sie haben ganz, ganz grundlegende Grundlagenarbeit für Ancient Aliens und den History Channel geleistet. Einfach nur darum, dass sie 1880 und 1900 solche Bücher publiziert haben, wo die dann heute alt aussehen, die dann den History Channel zeigen können, und sagen, guck hier, ich habe sie da auch schon geglaubt. Und für eine gute Defonanz. Im Jahr 1968 schätzte eine Quelle die Zahl der britischen Israeliten in Großbritannien auf 3.000 bis 5.000. Also es gibt die bis heute noch als Glaubensgemeinschaft. Man glaubt es nicht, es gibt sie noch. Oft in einem dann christlichen Gewand, christlichen Gemeindegewand, so extreme christliche Sekten, die das noch vertreten. Wer es nur bei diesem britischen Israelism und den Ausgrabungen von nicht wiederherstellbaren irischen Kulturgütern gewesen, da wäre das wahrscheinlich eine ärgerliche kleine Geschichte, aber weiter nicht schlimm, sondern nur so ein Auswuchs des Kolonialismus und der Macht des British Empire gewesen. Aber das Ganze hat leider auch in Amerika Wurzeln getrieben. Und wie so oft haben sich da die Amerikaner nicht in dieser britischen Zurückhaltung dieser Berühmten geübt, sage ich mal, was die Weiterausarbeitung der Theorien angeht. Denn während die frühen britischen Israeliten wie John Wilson eigentlich philosophisch waren und Nähe zum Judentum gesucht haben, entwickelte sich die Christian Identity im Gegensatz dazu, als von Anfang an stark antisemitische Theologie. In den 1920er Jahren beeinflussten vor allem die Schriften von Howard Rand die Bewegung. Rand prägte den Begriff Christian Identity selber. Einer der Historiker, die da zu viel geforscht haben, Professor Nicholas Goodrick-Clark, hat Rand als Katalysator der christlichen Identität als, Zitat, ein entscheidendes Bindeglied zwischen dem britischen Israelismus und dessen spätere amerikanischer Variante der christlichen Identität geprägt, da er die Bewegung in den Vereinigten Staaten nicht nur konsolidierte, sondern sie auch für rechte und antisemitische Einflüsse öffnete. Und während die britischen Israeliten in ihrer Standardlehre jedenfalls davon ausgingen, dass die Juden vom Stamm Judah abstammten, also von diesen zwei südlichen Stämmen, die das Königreich Judah ausgemacht haben, behauptete Rand, dass sie stattdessen Nachkommen von Esau und den Kanaanitern seien und quasi gar nichts mit den zwölf Stämmen Israel zu tun haben und es hat ihnen quasi Judentum abgesprochen. In der christlichen Identitätslehre ging dies sogar noch weiter und führte dann in den späteren Ausprägungen dazu, dass die modernen Juden als Nachkommen Satans gewährleisten. Da haben wir es. So. Da haben wir es. Jetzt hier im Kern. Und mit dieser, also wir haben, Rand hat zwar den Begriff geklärt und die Grundlagenarbeit geleistet, aber der eigentliche Begründer von Christian Identity ist jemand namens Wesley Swift. Das Eingangszitat war von dem, nicht wahr? Genau, das Eingangszitat war von dem, jetzt sind wir, ist der Bogen geschlagen, jetzt sind wir wieder zurück beim, beim Anfang sozusagen und ich dachte, um Wesley A. Swift vorzustellen, ich wollte erst was schreiben und dann dachte ich, lassen wir doch einfach mal ihn selber sprechen beziehungsweise ich glaube seine Frau, die das über ihn geschrieben hat hier, das ist die Einleitung, die vor all seinen Pamphleten und Publikationen zu lesen ist. Jonas, willst du das einmal vorlesen? Die Propaganda. Dr. Wesley A. Swift, der Sohn eines methodistischen Pfarrers, wurde bereits als Teenager zum Predigen berufen. Er war ein dynamischer, inspirierter Redner, der kompromisslose biblische Wahrheiten lehrte, die von modernistischen Pfarrern ignoriert wurden. Seine gesalbten Predigten brachten eine hohe geistliche Dimension des Verständnisses der Botschaft von der Königsherrschaft hervor und gaben dem heiligen Wort Leben und Kraft. Sogar die Antichristen erkennen an, dass Wesley Swift als die bedeutendste Figur in den Anfangsjahren der christlichen Identitätsbewegung in den Vereinigten Staaten gilt. Bescheiden. Sie sind ja, sie haben recht bescheiden und sie haben recht, wir erkennen an, dass er der Gründer dieser schrecklichen Rassismus- Scheißgruppe ist. Herzlichen Glückwunsch. Wir als die Antichristen erkennen ihm das zu. Ja, und das ist der gleiche Wesley Smith, der dann in einem anderen Buch mit dem Titel Christianity und KKK folgendes geschrieben hat. Ich finde es übrigens lustig, dass er seine Bücher und Manuskripte ungefähr so benannt hat, wie wir unsere Podcast-Folgen immer benennen. Von daher sind wir aufgefallen. Wenn wir jetzt schon beim Kucklux-Clan angelangt sind, 1915 ist ja auch so ein Film The Birth of a Nation rausgekommen, in dem so der amerikanische Bürgerkrieg pseudohistorisch und in so einem epischen, also für die damaligen Zeiten wirklich epischen, filmischen Konzept neu und modern erarbeitet wurde. Da wurde eben dargestellt, dass die nach dem Ende des Bürgerkrieges die Schwarzen, die Macht in den USA übernehmen und so eine kleine Gruppe an Auserwählten, die sich da eben auch als Geister verkleidet haben, um die Schwarzen zu erschrecken, sich auserkoren hat, gegen die Schwarze gefühlte Übermacht in den USA anzukämpfen. Also eine Heldengeschichte des KKK. Das war einer der größten ersten Blockbuster der Geschichte. Ein Feature-Film, komplette Länge, rohes Budget, sehr hochwertig produziert und gilt auch cinematografisch bis heute als ein Meilenstein des Filmemachens, nur dann immer mit dem kritischen Disclaimer, dass es ein extrem rassistischer Film ist, der zum Wiederaufleben des Kuklux-Klan in seiner zweiten Welle geführt hat. Ja, Wesley selber war beim Kuklux-Klan, Überraschung. Ist nicht ganz sicher, in welcher Funktion, aber er stand den die ganze Zeit nah, hat viele Predigten, in denen er sie verteidigt hat und Swift war eben jemand, der in den 1950er, 60er und 70er Jahren ganz viele Radiosendungen publiziert hat, Predigten auf Tonbändern verteilt hat, an rechte Gemeinschaften, an die damals schon existierenden Prepper, vor allem in den 60er Jahren, dann so die rechte Counterculture, die auch aufkam, alles was religiös und sektenmäßig war, hatte Tapes von ihm sozusagen und hat sich da sehr weit verbreitet und war quasi so eine Art frühe Podcaster, ich habe mir einige Sachen von ihm angehört, mit der großartigen Soundqualität, ich werde vielleicht auch ein paar hier mit reinschneiden, ein paar kleine Zitate von ihm im Original. Aber der hat damals schon früh auf starke Medienpräsenz gesetzt und war deswegen auch so einschlussreich langfristig. Er hatte quasi diesen KKK-Hintergrund, ist dann zu der Extremrechten bei den christlichen Predigern gegangen und hat das vereint auf eine Art und Weise und hat dann in Predigten und Pamphleten eben gezielt den Kuklux-Klan verteidigt. Jonas, willst du das mal vorlesen, das Zitat? Das aus dem Pamphlet? Genau, Christianity and KKK. Okay. Ich möchte, dass sie wissen, dass ich glaube, dass der KKK gegen die Bedrohung kämpft, unsere Rasse zu vermischen, gegen die Bedrohung, unsere Flagge herunterzureißen und zu einer sozialistischen Gesellschaft zu machen. Ich glaube, dass der KKK eine Organisation ist, die der Feind fürchtet, weil er ihre Identität nicht feststellen kann, weil sie nicht wissen, wer und wo seine Mitglieder sein könnten. Die Spione und Agenten, die eure Nation niederreißen und eure Rasse vernichten wollen, scheinen jede Facette der Gesellschaft zu durchdringen. Sie gehen schamlos in die Kirche, um sogar die Botschaften, die wir in dieser Kirche und auch in anderen Kirchen verkünden, zu Fall zu bringen. Wenn wir den Antichristen nicht anerkennen, sondern den Prozess des Antichristen aufdecken, oder wenn wir mit dem Finger auf den Feind Jesu, des Christus, zeigen, dann sind sie da und machen diese Botschaft zunichte. Vielleicht ist er Q von QAnon. Er ist tot mittlerweile. Zutel. Er hat das ewig. Ja, also er verteidigt den Ku Klux Klan auf die typische Art und Weise, dass das eben ein absolut legitimer Männerverein wäre, um sich gegen illegitime Dinge wie Antichristen und Ehen mit verschiedenen rassischen Hintergründen irgendwie. Also er hat Feinbilder, als wäre es 1880, aber er predigt 1970. Und ein paar Seiten später in dem Buch kommt eine ganz berühmte Verschwörungstheorie auf, die einem in rechten amerikanischen Schriften immer wieder unterkommt, weil es um Benjamin Franklin geht. Jonas, bitte. Im Benjamin Franklin Museum in Philadelphia, Pennsylvania befinden sich die Schriften und Sprüche Franklins. Einer dieser Sprüche lautet Juden sind asiatisch und sollten niemals in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Sie sind gegen alles, wofür wir stehen. Wenn man sie hereinlässt, dann werden sie in 200 Jahren in den Zählhäusern sitzen und eure Kinder werden die Sklaven auf den Feldern sein. Huh. Ja. Juden sind asiatisch. Was Benjamin Franklin eigentlich alles wusste. Das ist die sogenannte Benjamin Franklin Prophezeiung, manchmal auch eine Franklin-Fälschung genannt. Das ist eine antisemitische Rede, die fälschlicherweise Franklin zugeschrieben wird. Die Rede wurde angeblich von Charles Coatsworth Pickney während des Verfassungskonvents von 1787 niedergeschrieben, war aber unbekannt, bevor sie 1934 auf den Seiten der pro-nazistischen Zeitschrift Liberation von William Dudley Pelley von der Silver Legion erschienen. Es gibt keine Beweise für die Echtheit des Dokuments und einige der Behauptungen von Pelley wurden aktiv widerlegt. Das heißt, es ist einfach eine Erfindung aus den 30er Jahren, die seitdem immer wieder rezitiert wird, dass Franklin anscheinend schon ein Problem mit den Juden gehabt hätte. Ich glaube, Franklin hatte eher Probleme mit dem Syphilis, dass er sich von Prostituierten in Paris zugezogen hat, aber das ist eine andere Geschichte, der Fall ist. Diese Ideologie, die Swift verbreitet hat in seinen Radiosendungen, in seinen Aufnahmen und seinen Schriften, ist eben eine zutiefst rassistische Interpretation des Christentums, die rassistischste, die mir vielleicht untergekommen ist bis jetzt, weil die Anhänger glauben, dass die Arier ausschließlich das auserwählte Volk Gottes sind. Das ist eben die Weiterentwicklung von dieser Idee, nur die Briten oder die Bewohnern der britischen Inseln. Das wird also zu einem rassischen Gedanken in Amerika, dass es die Amerikaner, die Arier sind eben, die in so einem Nazi, so einem Nazi-Bild vom Arier, das auserwählte Volk Gottes sind und nicht die Juden. Und die Herleitung erfolgt eben auch wieder über diese Stämme der Israel-Theorie. Wesley hat darüber hinaus, Swift, die Doktrinen formuliert, dass nicht-kaukasische Völker keine Seelen haben und daher niemals Gottes Gunst erlangen könnten oder gerettet werden. Ich habe da mal ein passendes Zitat aus der Adamic Race rausgesucht. Jedes Mal, wenn einer von Gottes edlen Menschen diese Erde verlässt, kehren sie in die himmlischen Dimensionen zurück, aus denen sie gekommen sind. Und niemand kann dorthin zurückkehren, wenn er nicht von dort heruntergekommen ist, denn Jesus hat es gesagt. Und alle Predigten in Afrika oder Asien können keinen einzigen Chinesen in den Himmel bringen. Er ist nicht von dort heruntergekommen und er wüsste nicht, was er tun sollte, wenn er dort wäre. Er ist nicht daran angepasst, das ist nicht sein Hintergrund. Großartige Idee, wie ein ganz verlorener Chinese in so einem artischen Christian Identity dem herumläuft. sich erkundigt, wo er spezielle Dinge bekommt, die es dort nicht gibt. Da gibt es so Pancakes und was weiß ich, Bacon und Pancakes. Ihr merkt schon, mit was für einer Theorie und Ideologie wir es hier zu tun haben. Also wir befinden uns im Jahr 1970, oder? Das ist gerade mal 50 Jahre her. Ja und noch nicht vorbei, wie wir noch dazu kommen sind. tatsächlich die Ideologien von den Christian Identity Leuten und dann schauen wir so ein bisschen an, wo das reingeluppt ist, nämlich diese gedankliche Soße. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, für wen das alles interessant ist, weil wir hatten in Deutschland ja im Dritten Reich dieses Gottgläubige, wir haben ja darüber geredet, hört euch unsere Folge an zum arischen Jesus und der Kirche im Dritten Reich. Da ging es ja die ganze Zeit um dieses Spannungsverhältnis von eigentlich Christentum ist eine super Basis, um eine faschistische Bewegung aufzubauen, aber den sehr rassisch gesinnten Nazis ist das Christentum eigentlich zu jüdisch geprägt und hat eigentlich zu viele Wurzeln. Und deswegen muss man das dann halt alles umkonstruieren, so wie das dann eben in der Gottgläubigkeit versucht wurde zu konstruieren oder also Versuche entweder das Christentum zu arisieren oder alternative Erklärmöglichkeiten zu finden, um seine Spiritualität als Nazi auszuleben, weil der Atheismus ja so böse und kommunistisch ist. Und so was Ähnliches sehen wir eben hier. Die Christian Identity Leute reden viel über Adamiten und Prä-Adamiten, denn sie glauben, dass Adam und Eva nur quasi die Vorfahren der weißen Rasse sind. Also Adam und Eva waren weiß, falls ihr das nicht wusstet. Selbstverständlich. Könnte man ja in meiner Kinderbibel auch sehen. In meiner Kinderbibel auch sehen ist denen auch ganz wichtig, weil die anderen Menschen Rassen wurden sozusagen vorher von Gott schon als Probeläufe gemacht. Und Adam und Eva auf andere quasi die Krönung der Schaubführung, als er endlich die Weißen erstellt hat. Neues Dokument. Ja, deswegen heißen quasi Adamiten, sind quasi für sie die Arier, die weißen Menschen und alle anderen sind die Prä-Adamiten, die vorher schon existierten niederen Menschenrassen. Und dazu kommt die Dual Seed-Line Theologie, die das Ganze noch auf ein bisschen höheres Level hebt, nämlich es gibt einige Anhänger der Christian Identity, die glauben, dass Eva nicht nur Kinder mit Adam hatte, sondern auch mit der Flange, mit Satan. Und die Befürworter dieser Theologie glauben, dass Eva von der Schlange verführt wurde und dann diesen gefallenen Zustand mit Adam auch noch Sex hatte und Zwillinge gebar. Sie hatten quasi nacheinander mit den beiden Männern Sex und dann Zwillinge, die aber von unterschiedlichen Vätern waren. Kain war der Sohn Satans und Abel der Sohn Adams. Ah ja, spannend. Und diese doppelte Samenlinie, die da aufgemacht wird, ganz am Anfang, führt dann dazu, dass Kain durch seine späteren Partnerschaften mit Angehörigen der nicht adamischen Rassen, also der vorher schon existierenden, zum Stammvater der Juden wird, was zu der dämonischen Linie führt. Ihr folgt mir noch, ja? Ja, ja, ich finde es nur das Kind Zeugium mit den Präadamiten, die Juden. Und damit sind die Kinder des Teufels. Logisch. Klar. Ganz logisch konstruiert. Und was mit dem dritten Sohn? Welcher dritte Sohn? Mit Seed? Seed? Von dem redet hier keiner. Okay. Da wird immer gerne außen vor gelassen. Ja, starte doch mal deine eigene Kirche. Garfunkel bei Simon und Garfunkel oder ich weiß nicht, Gustav bei den Killerpilzen oder Tokio Hotel. Ja. Und auf der Basis davon lehnen aber auch manche Christian Identity Anhänger die Bezeichnung antisemitisch ab, weil sie ja die wahren Semiten sind. Und die modernen Juden ja dann je nach Auslagen entweder Kanainiter oder satanische dämonische auch nachkommen und dementsprechend in beiden Fällen passt dieser Begriff quasi für sich so. Das ist quasi die großartige Deflection für den extremen religiös begründeten Antisemitismus, der ja hier auch ja eben diese stark ich finde das eben die Vermischung von Theologie und Rassismus in diesen ganzen Theorien ganz deutlich, wie man das hier alles dahin konstruieren kann. George Rockwell über den wir einfach mal schon kurz geredet haben, den Gründer der amerikanischen Nazi-Partei ist selber auch zu Christian Identity konvertiert, obwohl er selbst überzeugter Atheist war, weil er gesagt hat, in Amerika lässt sich keine faschistische Bewegung aufbauen ohne die Basis im Christentum, weil das eben so verankert ist im amerikanischen Weltbild, vor allem damals in den 60er-Jahren so. Und deswegen hat er Christian Identity als das perfekte Mittel gesehen, um diese Lücke zu überbrücken und im christlichen Lager Anhänger zu finden. Das ist die perfekte Brücke zwischen Nazitum und Christentum, die Lösung für Amerika sozusagen für die Bewegung. Das hat er glaube ich echt richtig erkannt. Ja, das ist tatsächlich so. Das haben ja auch dann nachträglich noch andere Leute erkannt. Und diese ganze Christian Identity Ideologie, auch wenn es heute keine zentrale Kirche gibt, ist extrem in das Militia Movement in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in die Formierung von diesen ganzen Militias, oft mit rechter Ideologie, die gegen den Staat sind, Antitex, alles gilt eben als jüdisch kontrolliert, alles was DC und Hollywood und alles und dementsprechend ist man eigentlich antistaatlich, extrem christlich, extrem liberal und dann passt diese Ideologie eben als Verbundstück da sehr gut dazu. Und es gab mehrere Gewalttaten, die mit der Christian Identity Bewegung in Zusammenhang gebracht wurden. Es gab zum Beispiel die Organisation The Order, eine Terrorgruppe, eine Nazi-Terrorgruppe in den 1980er Jahren, die bewaffnete Bankraube, Morde und Bombenanschläge durchgeführt hat und sich auf Christian Identity direkt berufen hat und es gab bis jetzt, also es gibt regelmäßig mal jemanden, der irgendwo eine Tankstelle irgendwo in Montana mit Waffengewalt unter Kontrolle bringt, der sich auf solche Ideen bezieht, das ist glaube ich ein paar Mal passiert, ich habe jetzt nicht alle Fälle rausgearbeitet, aber es gibt gewisse Muster, sage ich mal, dass es eben in der Prepper-Szene sehr angekommen ist, in der bewaffneten Schätzungen zufolge gibt es ungefähr 50.000 Anhänger von Christian Identity heute in den USA, die sich als solche, die sich als ihre Kirche sehen quasi. Swift hat dann auch die Kirche The Church of Jesus Christ Christian gegründet, um klar zu machen, dass es quasi der christliche Jesus ist, nicht der jüdische Church of Jesus Christ Christian ist der beschissenste Name. Ich würde sagen, alle Nazi-Organisationen, die wir behandelt haben, weil alle immer scheißen haben, das ist wirklich der beschissenste Name für eine Kirche. Es ist einfach nur, ja, zuerst Copy-Paste schiefgegangen, aber es war sehr wirkungsvoll, weil alle da immer zweimal drauf geguckt haben und sich gefragt haben, was soll das? Und dann eben der Denkprozess losging, sie haben den christlichen Jesus nicht den jüdischen. Um es noch klarzustellen. Um das nochmal deutlich zu machen. Und während die einzelnen Kirchen jetzt keine großen Einflüsse haben, bis auf die Terroranschläge, die ich erwähnt habe hier nicht wieder, hat sich eben Christian Identity innerhalb der breiteren Bewegung von White Supremacy entwickelt und es war ein sehr gutes Klima für diese Ideologie, weil da verschiedene Hassgruppen quasi zusammenkommen können unter diesem Banner und sich deswegen eben gerade in KKK, der sich gerne als kirchennah und so aus darstellt, weite Verbreitung gefunden hat und heute quasi so die inoffizielle Religion des modernen Kuklusklames, muss man sagen. Man denkt immer, in Amerika waren die Leute immer, gab es immer so einen riesen religiösen Wählerblock, aber tatsächlich hat er sich in den 70er Jahren vermehrt nochmal formiert. Was wir heute quasi als die Evangelikalen so kennen, ist auch ein Televangelisten. Ja genau, die ganzen großen Mega-Churches spielen da mit rein, aber eben auch Lobbygruppen wie die The Family, da gibt es eine ganz spannende Doku drüber, die mit Gebetsgreifen und Politiker einladen und quasi da gezielt Lobbyarbeit in DC gemacht haben seit den 70er, 80er Jahren um antiliberale, extreme, christlich-konservative Ideologien in die Politik zu bringen und sie haben damit eben auch bis heute, also die Arbeit sehen wir jetzt, jetzt wo die Abtreibungsgesetze in den USA teilweise wieder rückgängig gemacht werden und es wieder verboten wird. Also wir sehen ja jetzt eigentlich Sachen, die in den 2000ern noch als undenkbar galten politisch in den USA, die jetzt nach und nach schleichend Einzug halten auch in den Alltag von Leuten, die jetzt eben in der Hälfte der Staaten leben und dort keine Abtreibung mehr bekommen können. Und das ist eben eine moderne Bewegung, die sich in den letzten 50, 60 Jahren wirklich breit gemacht hat, dort nochmal und so ein massiver Wählerblock wurde und der Ton, der dabei angeschlagen wird, die Rhetorik spiegeln immer wieder Aspekte von dieser Christian Identity Ideologie wieder. Es geht viel um den Ausschluss von Nicht-Christen und implizit auch um den Ausschluss von Nicht-Weißen Christen, um Stimmung zu machen unter Weißen Christen in Mittelamerika, also im mittleren Westen der USA. Und das ist halt alles ein Zeichen dafür, dass die Zahl der Mitglieder zwar zurückgegangen ist, aber der Einfluss eigentlich über die letzten 40 Jahre extrem zugenommen hat, weil Sachen, die damals nur von Taylor Swift auf seinen extremen Kassetten verbreitet wurden, heute Taylor Swift ist glaube ich jemand anderes. Wesleys Swift meinst du wohl? Ihren Ur-Ur-Ur-Großvater. Nein, keine Verwandtschaft Welt. Wesleys Swift, dass Sachen, die der damals in diesen extremen rechten Kreisen verbreitet hat, heute teilweise von Politikern oder von Trump auch gesagt werden könnte oder gesagt wurde in den Wahlkämpfen seit 2016 und will einfach sehen, dass sich das politische Klima in den USA extrem an die Fringes, die extremen Fringes der rechten christlichen Ideologie der 60er-Jahre-Angleich zunehmend als Drift so und ja, beängstigend, zwei Parteienmodelle Scheißidee, können wir uns glaube ich alle einig sein. Yes. Mehrparteiensystem auch nicht die einfachste Lösung, wie wir in unserem eigenen Land gerade sehen. Zurück zur Monarchie. Auch eine ganz dumme Hippie, ich denke, wir müssen progressiv nach vorne denken und besser, wenn wir das schon finden, wie in der Film. Niemals. Das ist das Einzige, was irgendwie funktionieren könnte. Ja, und als Ausblick auf die nächsten Folgen, wir haben uns heute verrückte britische Israeliten angeguckt, Christian Identity ein bisschen sondiert, was die für einen verrückten Scheiß glauben und dann müssen wir in den nächsten Folgen über den Ku-Klux-Klan reden, nicht so sehr wundern, warum die alle sich die ganze Zeit für gute Christen halten und die Verteidiger von irgendwelchen christlichen Frauen und dabei eben lynchen und morden und widerliche Rassisten sind. Das ist eben hier so intellektuell im gleichen Klima großgewachsen worden und beeinflusst den heutigen Ku-Klux-Klan, die Wurzeln des Ku-Klux-Klan und so, die natürlich noch ungefähr so in der gleichen Zeit liegen wie die britischen Israeliten, werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen und in der übernächsten Folge geht es um den Ku-Klux-Klan in Deutschland. Ihr könnt euch auf einiges freuen, es wird spannend und ja, was wichtige Sachen. Danke für alle, die uns bewertet haben, die uns Bewertungen dalassen, die uns folgen, auf Patreon unterstützen. Wir freuen uns da sehr drüber. Danke für die sachliche Kritik. Ja, danke für alle Rissmeldungen, die Folgenideen. Uns wurde jetzt letzte Woche nochmal hier die Aufstände in Münster, die Täuferaufstände in Münster empfohlen. Da habe ich auch mal noch auf die Liste genommen, ein großartiges Thema, über das wir immer noch reden sollten, als wir in Münster in der frühen Neuzeit kurzfristig große Orgien gefeiert wurden. Es wurde nie wieder so viel gebumst in Münster, wie während dieses Aufstand gehalten. Da war das kurzes Neue Jerusalem und da war aber San Francisco in den 60ern ein schlechter Witz dagegen. Ich habe noch nichts vorbereitet, das muss irgendwann mal im Sommer kommen, wahrscheinlich. Aber tolle Themenempfehlungen, wir freuen uns darüber. Empfehlt uns weiter und ansonsten hören wir uns. Bis zum nächsten Mal und danke dir bis zum Vorbereiten. Bis bald. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.